Hi, Marisol. Ist es gut? Ja. Also, wir sind vor deinem zweiten Rennen. Dein Sprung, den du das letzte Mal noch nicht genug hattest, steht auch drin. Es wäre cool, wenn wir den nochmal anschauen könnten. Vielleicht klappt es heute. Jetzt machen wir hier noch eine Übung, dass du die Augen zumachst und dich konzentrierst, was du spürst. Weil du dann das Gefühl hast, ich packe das. Das ist voll einfach. Ja, ich mache aber den zuerst im Holzwerk. Findest du den sympathischer? Ja. Ja. Ich springe dort. Willst du probieren, wenn ich voraus gehe oder willst du allein? Allein. Einfach schön allein. Juhu! Yes! Yes! Hast du dich gut gefühlt? Ja. Kein Problem gewesen? Nein. Perfekt. Ich habe gewusst, du kannst das. Mal. Mann! Nein, ich kann nicht. Was ist so schwer? Nea! Du! Ich mag dich nicht. Jawoll! Juhu! Yes! Ah! Super! Oh mein Gott! Ich lasse auf! Ja! Hey, super! Ja! Wie fühlst du dich? Gut? Gut, mega! Warst du das Problem? Nein. Ich freue mich gerade so. Ja, cool. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Marisol Pottognelli! Vielen Dank.